Ja, der Bauer Bernhard macht eine ganz schöne Flugarbeit, kein Büschel Gras ist oben auf, ja, wunderbar, exakt ein Flug. Der Flug ist gut eingestellt. Ja, der Bauer Bernhard hat sich einen Occasion 716er zugelegt, einen ganz schönen Traktor und angehängt ist unser Flug, an dem ich auch beteiligt bin. Vierschar-Böttinger On-Land-Pflug. Und, wie gesagt, er macht eine wunderschöne Flugarbeit, er fährt schön langsam, das Gras wird alles wunderbar runtergepflügt, das ist wichtig. Hier ist wie ein Biobetrieb, der Bauer Walter und da will er nicht Gras oben haben. Hallo? Wird nachher Mais gesät hier. Und wir machen zusammen eine kleine Runde, einmal ein bisschen ein anderer Standort im Feld, weil ich da den Traktor fliegen gesehen habe, bin ich da runter gefahren. Nein, an der A1, BN Zürich. Gell, Wino? Ja, dann lassen wir dich dann laufen, wenn wir vorne sind. Fertig. Gell, Wino? Gell, Wino? Gell, Wino? Sollte Ah ja, der 716er, der läuft dann schön. Meint auch der Wiener, jawohl, das gefällt mir auch.